Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Let's Play und ich muss sagen ja ich beginne doch früher weil ich ja auch im Moment nicht wirklich viel zu tun habe deswegen fange ich halt jetzt schon an. Bisschen mache ich halt jetzt schon weiter mit dem Let's Play. Und da hat man gerade einen Delfin gehört das ist doch schön. Ja also, der Kaktus hier ist auch gewachsen, der auch und der Mond geht gerade runter, das ist sehr schön. Also ich mache das jetzt auch so, dass ich ungefähr eine halbe Stunde bis am Stück aufnehme. Und ja, also muss man dazu sagen, falls es laggy sein sollte, dann liegt das daran, dass ich nicht so viel Programm aufhabe. Und ja, ihr seht halt nicht viel. Im Moment sehe ich selbst nicht so viel, obwohl ich den Bild schon schon heller gedreht habe. Aber das müsste eigentlich ja reichen. Naja, wir könnten jetzt warten bis das Tag wird. Oder ich mache es so, dass ich mir jetzt... Ne, wisst du was? Ich gehe jetzt Sticks erstellen. Und mit diesen Sticks mache ich mir nun mal halt auch schon Werkzeug, also eine Spitzhacke. Und werde dann schon mal da oben ein bisschen Stein abklopfen. Das wird der E-Wahl-Tag, also kann ich dir schon mal damit anfangen. Also hier... Äh... Ja, meine Maus spackt immer noch rum. Obwohl ich jetzt eine andere habe, aber die spackt auch rum. Das ist auch noch eine Maus, die ich schon hatte. Die leider auch schon rum spackt. Aber ansonsten müsste das eigentlich schon gehen. So, zwei Spitzhacken. Reste schon Stickys mitholen. Und dann gehen wir... Hups. Das geht die Sonne auf. Das ist doch schön. Naja, gut. Also gehen wir schon mal ein bisschen Stein klopfen. Oh mein Gott. Das hat gerade übelst geleckt. Aber naja, gut. Wird schon. Hups. Also... Ich hab auch noch einen Flugmod installiert, den ihr schon sehr wahrscheinlich bei meiner Servervorstellung gesehen habt. Wenn nicht, dann könnt ihr ja mal vorbeischauen, wenn ihr wollt. Ich bin natürlich... Ups. So doof, um oben zu bleiben. Naja, gut. Also klopfen wir uns erstmal ein bisschen Stein. So. So. Steigen klopfen. Zack. 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 Zack wie gesagt ich nehme jetzt halt so ja halbe stunde erstmal auf ungefähr und dann werde ich mal sagen ich kann leider keine halbe stunde hochladen aber ansonsten würde ich mal sagen klopfen wir einfach noch weiterhin stein ab und ja bis hier die Spitzhacken mal weg ist würde ich sagen es dauert leider ein bisschen weil Holspitzhacken halt nicht stürmte schnell abschlagen aber schnell kaputt gehen tut mir leid aber ich bin gerade ein bisschen krank ja es ist auch wiederum unangenehm für euch weil ihr es ja hören müsst aber ich glaube schon dass ihr mir verzeihen könnt oder was sagt er also wir hauen uns hier noch ein bisschen Stein ab und damit ich schon mal voraussagen kann falls euch irgendwas nicht gefällt dann sagt es also wie gesagt dann schreibt es in die Comments damit ich es vielleicht nächstes mal besser machen kann und da ist die Spitzhacken schon kaputt dann gehen wir jetzt mal zu unserer kleinen Strandhütte die ich noch ausbauen werde ich weiß auch dass ich damit zwei Höhlen hätte gehen können da schwimmt ein Löwe im Wasser ganz schick so also zack zack 1 2 3 1 2 3 1 2 3 machen wir uns mal wieder hier drei Spitzhacken die müssten ja vorerst reichen dann mache ich mir noch eine Schaufel so dann noch ja zwei Äxte das müsste dann mal vorerst genügen falls nicht gehen wir halt einfach mal mit den Äxten so dann nur ist Holz klopfen und dann müsste es aber vorerst reichen so 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 und zack 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 So, schon sieht ihr bei der Kohle, seht ihr, so schnell kann es gehen. So. Ich kriege Ausbeute, aber überhin haben wir schon mal 8 Fackeln. Ja, 8 Fackeln. Dann gehen wir wieder runter. So, hopp, zack, kurz. Bisschen zu viel gedreht. Und, ähm, ich hab auch nur mein Monster inaktiv, weil ich ja, um es genau zu wissen, gerne mal von euch wissen würde, ob ihr gerne Monster anhabt oder nicht. Falls ihr mich immer noch schlecht hört, dann muss ich schauen, dass ich mein Mikro vielleicht lauter bekomme. Und was wir jetzt als erstes mal machen, ist hier unser Strandhüttchen ein bisschen beleuchten. So, von ihnen auch hier zwei Fackeln. So, schön siletrig. So, ich glaub die Musik ist auch gerade ein bisschen laut, kann das sein? Ne, das ist noch mein Kohlepool. Das ist praktisch. Der saufen wollen wir ja nicht. So, schlag mir hier die Kohle weg. Und jetzt möchte ich da raus. Ich möchte da raus. Ist da noch irgendwas interessant aus? Ja, eine Höhle. Ich mach auch schon mal Licht. So, zack. Mal schauen. Coole Geschick. Also, hier haben wir's hier ein bisschen Kohle weg. Und noch ein bisschen weg. So, zack. Die Schmuck ist kaum blau. Aber, hier ist schon wieder ausgeräumt. Eher nur ein Durchgang. Ich würde jetzt gerne die Kugel haben. Böse Maus. So, die Kugel ist ein bisschen laut. Hier ist noch ein kleiner Raum. Hm, schick. So, dann gehen wir hier. Ja, Leute. So sieht's aus, wenn man einen Blackscreen bekommt. Ich sag mal... Ja, Leute. Also, wir hatten hier eben Blackscreen. Und da bin ich wieder. Ja, der Blackscreen, der wird wahrscheinlich noch öfter auftreten. Ich weiß auch nicht. Aber in letzter Zeit haben ziemlich viele Leute ziemlich oft Blackscreen. Also, ja. Ich würde... Also, ich entschuldige mich jetzt mal dafür. Auch wenn ich ja eigentlich nichts dafür kann. Aber ich entschuldige mich trotzdem. Ich meine, es gibt da auch Let's Player, die sich überhaupt nicht entschuldigen. Aber ich bin halt so einer, der sich schon mal gerne entschuldigt. Also, ja. Ich glaube, wir gehen erstmal noch ein bisschen Holz pflücken. Hm, sind immer noch keine Bäume nachgewachsen. Naja, egal. Ich drehe mal gerade den Sound ein bisschen leiser. Hier ist Sound. 10 und Musik auf. 4. Dann hört ihr mich auch ein bisschen besser, ne? Also, ja. Bäume pflücken. Dann wird alles wieder gut. Und Enten sind auch bei dem Black dabei. Das ist ja schön. Also, zack, 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 zack. Wow. Also, hier sind manchmal Abgründe, von denen man nichts wissen will, sagen schlitz. Ähm, ja. Bäume pflücken ist immer schön. Weil es langweilig ist. Hm. Ja, also erstmal noch ein bisschen Bäume pflücken. So, wenn wir ihn kaputt hauen, nehmen wir hier. Saplings bekommen. Dass wir hier Bäume pflanzen können. So. Ähm, da noch ein hin, da noch ein hin, da noch ein hin, da noch ein hin, da noch ein hin. Äh, äh, hier und da. Wir müssten eigentlich auch Saplings rumlegen. Da noch ein bisschen... Sehr war gerade kein... So. Da fangen wir noch mal ein hin. und ja. Wie viel Holz haben wir? Zwölf Holz. Wow. Okay, das müsste eigentlich wieder vorerst reichen. So. Was haben wir denn hier noch? Äh, eigentlich nichts. So, zack. Hups. Ja, also die Bäume müssten ja bald wachsen. Ähm, ich sehe hier ziemlich viel Strand. Das heißt, äh, doch, es wird schon hier Nacht. Mann. Das heißt, äh, Glas sorgen eigentlich ja keine. Ja, Löwe ist gut. Eigentlich könnte ich uns auch mal ein Schwert basteln. Ach, war ich mal in der Hütte. Ja, ich sehe gerade, dass die Wirt nicht gesaved wurden und dass sie jetzt auch keine Fackeln haben. Das ist ja mal ganz toll. Also, wieder Fackel herstellen. wieder Fackel herstellen. wieder Fackel herstellen.